Ja, wir sind alle sehr, sehr, sehr glücklich. Wir haben echt ein super Spiel gemacht, großes Lob an die Mannschaft und ist auch ein bisschen ein Befreiungsschlag für die Mannschaft auf jeden Fall, nach der anfänglichen Schwierigkeit in der Liga. Nur mit acht Punkten, glaube ich, aus sieben Spielen, acht Spielen und jetzt im neunten Spiel wieder drei Punkte einzufahren, war sehr wichtig. Spielerisch haben wir uns eigentlich relativ schnell gefunden, weil alle sehr gute Fußballer sind, aber ich glaube, die Schwierigkeit war von Anfang an sich an den Herrenfußball zu gewöhnen, an die Härte, an die Zweikämpfe und das haben wir, glaube ich, mittlerweile jetzt auch gemacht und ja, fußballerisch haben wir uns, wie gesagt, ganz schnell eingefunden. Ich glaube, heute hat alles gepasst, sowohl defensiv, auch offensiv und ich glaube, wenn wir jedes Spiel so bestreiten wie heute, sollte jedes Spiel ein Sieg eigentlich möglich sein. Ja, olha diese Mannschaft ich anrufe ich nicht! Ja, okay, perfekt! Ja!